Guten Tag! Herzlich Willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Du wiederholst die Farben. Du übst deine Aussprache. Wiederhole nach mir. Die Tomaten sind rot. Die Tomaten sind rot. Die Banane ist gelb. Die Gurken sind grün. Die Gurken sind grün. Die Karotten sind orange. Die Karotten sind orange. Der Blumenkohl ist weiß. Der Blumenkohl ist weiß. Die Trauben sind grün. Die Trauben sind grün. Die Erdbeeren sind rot. Die Erdbeeren sind rot. Die Schokolade ist braun. Die Schokolade ist braun. Die Ananas ist gelb. Die Ananas ist gelb. Die Zitrone ist auch gelb. Die Zitrone ist gelb. Die Orange ist orange. Die Orange ist orange. Die Wassermelone ist rot. Die Wassermelone ist rot. Das war's zu den Farben. Gut gemacht! Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us www.barbelia.us Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!